Mh, Smarties! Und herzlich willkommen zurück! Ich immer noch in der Stinkewolke vom letzten Mal. Wir haben die Aufgabe The Gateway. Also das sind... Das sind da und dort zwei Spuren, wo die Feinde quasi kommen. Die Gegner haben minus 10, das heißt sie haben wesentlich mehr Karten wie wir derzeitig. Ähm, ich stehe hier irgendwie gerade ein bisschen ungünstig. Achso, genau, das letzte Mal wollten wir hier dieses Dynamit irgendwo anzünden. Hallo! Ähm, warte. Okay. Langsam. Okay, das hat nichts gebracht. Okay, ich hab's wieder gefangen. Hm. Okay, ich glaube das Dynamit müssen wir erstmal zwischenlagern. Ach, guck mal, da ist ein Feuer. Ähm, wo ist das hin? Ist das eine Lampe? Hä? Oh. Oh, ne, wo ist das Dynamit hin? Oh, ne. Hm. Oh. Oh, guck mal. Hm, Smarties. Ah, es hängt einer. Oh, guck mal. Die sind, die sind auch cool hier. Boah, ich kann da so viel, ich kann so viel rumspielen mit dem Ding. Kann ich das hier oben auf den Turm drauflegen? Nee. Das geht leider nicht. Na gut, äh, genug gespielt, würde ich sagen. Äh, äh. Ich muss mich mal hier wieder außen... Oh. Hm. Krrrr. Wollen wir mal wieder ein bisschen frisches Wasser bekommen? Dieses Spiel, ey. Gut. Äh, äh. Ich baue mir erstmal hier wieder was zurecht. Ist alles irgendwie ganz schön... Uh. 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 Das ist alles ein bisschen... Naja. Oh, hinter mir ist irgendwas. Ähm. Vielleicht sollte ich mal doch lieber wieder in meinen Kreis gehen. Ich, ich hab was vergessen. Es ist ein trying times für unsere Leute. Ich mach ja gleich los. Ich muss nur ganz kurz... Die nehm ich mit. Ich hab echt Angst, dass ich irgendwas von meinen Sachen kaputt mache. So. Oh, ich hab kein Essen. Ich hab kein Essen. Moment. Essen. Äh. Na, Controls. Ja. Aber erstmal Building. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Oh, das ist ärgerlich. Was brauche ich denn hierfür? Gold. Okay, dann muss ich auf jeden Fall eine Runde abwarten. Und dann kommt erstmal alles da rein. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, das geht. Bitte lass mich das erledigen. So. Die Gateway ist wichtig. Es gibt viele Wörter. Wir sollten uns auf ihre Genre nehmen. cute but no you're running out of gold money richtig das tue ich so jetzt habe ich wieder plus minus null essen das ist schon mal gut ok was brauchen wir denn ja ich brauche nämlich reisen um meine karten abzugreiten beziehungsweise ich muss mal ganz kurz gucken research kann sich dafür ressourcen benötige eisen und magie ja ja also ich brauche auf jeden fall das heißt die nächste aufgabe wäre eine eisenmine zu bekommen das bedeutet aber auch dass ich erstmal hier die punkte einnehmen muss nicht genügend gold nicht genügend jetzt so richtig das tue ich das weiß ich aber auch das ist aber auch echt schwierig alles zu balancen hier so wir brauchen auf jeden fall mehr holz mehr holz so okay gegen gold das nächste mal so ach guck mal da kriege ich sogar kann ich das wieder wegnehmen ich muss ich muss das ganz kurz kaputt machen weil nämlich hier hinten kriege ich nämlich plus ein holz mehr was nämlich sehr gut ist gut okay wenn ich das kaufen ach stone was ist das brot brötchen da gibt es mehr brötchen ich brauche stein ich brauche tatsächlich stein sonst kann ich nichts mehr machen stein da hinten gibt es kristalle da ist stein aber das hier hier ist stein aber das kann ich mir noch nicht kaufen das heißt ich muss es erstmal hier reinsetzen wir kriegen jetzt erstmal wieder einen stein mehr dazu das ist schon mal gut nächste runde richtig der ist minus zehn das ist schon mal echt schlecht das war unfair wenn ich ganz kurz meine hände übereinander schlagen dann ist es unfair dass der mit minus zehn startet das ist ganz schön blöd der hat das alles schon eingenommen so gut machen jetzt wir brauchen unbedingt mehr arbeiter was ist da hinten ach Brot ja das werde ich tun hmm brauchen wir derzeit nicht gold ja brauchen wir brauchen aber auch eisen das ist ein bisschen blöd aber wir können gerade nichts machen außer enttönen ja es ist mir schon klar dass er das gemacht hat du kannst noch nicht eine kristalle bauen da ist ein enemy general nebenbei geh doch weg geh weg geh weg geh weg das ist ärgerlich das werden wir wahrscheinlich nicht überleben ich brauche unbedingt eine eisenmine aber ich habe keine arbeiter um die zu befüllen hm ich glaube ich muss zum thronsaal nochmal gehen und dort möchte ich bitte das gold auf null setzen damit nämlich meine damit ich mehr arbeiter bekomme das wird dann fürs nächste mal dass ich eine eisenmine baue ich setze mir die mal hin ich setze sie mal da habe ich sie dann gleich wieder verloren ich setze sie mal hier hin ich Mulch du siehst die uhr im kommunal sieht die tot IF das Vielleicht kriegen wir es noch. Was kostet das? Okay. Was ist denn das? Ein Luftschiff. Okay. Das nehmen wir. Du bist aus der Ressourcen, mein Liege. Das ist mir klar, dass das gerade ein Problem wird. Oh, das geht auch. Sehr gut. Das hilft mir. Das hilft mir wirklich enorm. Weiter, weil jetzt bin ich nicht nur noch bei minus 20. Das hilft echt gut. So. Was sind was? Spells? Ah, die sind sehr teuer. Was ist das denn eigentlich hier? Ist auch sehr teuer. Was ist das? Das ist nicht so teuer. Das werde ich mir als nächstes kaufen. Aber jetzt habe ich erst mal ein Problem. Ob ich das schaffe. Mein General ist jetzt bei minus 20 und seiner ist bei minus 10. Das könnte ein echt spannender Kampf werden. Okay. Ha. Oh Gott. Matrix. Matrix. Das versuchen wir nochmal. Matrix. Und nochmal. Voll dagegen geknallt. Voll gegen die Wand geknallt. Die Nachbarn werden sich freuen. Mal wieder. Aber es ist ja nicht so spät. Das ist gut. Also ich nehme gerade auf. Hier ist es gerade 15 Uhr oder so. Wie gesagt, man verliert hier drin so ein bisschen das Zeitgefühl. Wenn es eigentlich nicht so schlecht werden würde, könnte man auch länger spielen. Es scheint, dass es kein Ende zu diesen Demonen gibt. So, äh, ja. Wir können gerade nichts anderes machen, außer uns dem Kampf stellen. Ich werde dich vernichten. Ich werde dich vernichten. Gut. Ach, meine Güte. Ich könnte halt hier eine Belagerungsmaschine gleich am Anfang setzen. Dieses hier. Und gleich noch einen... Äh... Krieger. Die Sitzung nehme ich mit dem hier Schachmatt. Und hier... Was macht man hier? Hier setzen wir Bogen und Schützen hin. Okay, das sieht gut aus hier an der Stelle. Ah, das sieht nicht gut aus. Komm mal, den Blatt. Gut. Die kriegen einen Ritter mit. Ah, guck mal. Der hat schon gut Damage gemacht da hinten. Das ist gut. Ich liebe dich. Du bist der Beste. Die Katapulte sind echt gut. Echt gut, die Katapulte. Ja, dann machen wir doch. Das ist jetzt natürlich ein Feuer, ja? Tschüss. Selbst schuld. Das sieht nicht schlecht aus. Haha, we have destroyed an enemy tower. Das sieht sogar sehr gut aus. Yes. Our General is under attack. Und da kommen nämlich jetzt wieder hier Dinge hinterher. Hä? Moment. Was ist denn da? Gibt's doch nicht. Ach, wir haben destroyed an enemy tower. Jetzt kommen noch Archers dazu. Ich liebe euch. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Kein anderer. So. Schade. Das war das Feuer. Aber gut. Uns gehören alle drei Richtung. Das sieht sehr gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Ja. Warte. Check. Ihr schafft es. Moment. Ihr schafft es. Und. Moment. Und. Und. Mega geil. Victorious. Ah, das ist ja... Well then. Let's try this again. Nee. Ich muss erst mal raus für heute, würde ich sagen. You've beaten an enemy general. You don't have enough food for your current food ration. We have lowered the setting in the throne room. Nee. Okay. Okay. Das heißt, ich muss hier tatsächlich so ein Ding setzen. Und einen Arbeiter rein. Zack. So. Ja. Uh. Äh. Uh. Das kostet mich Gold, glaube ich. Sehr gut. Okay. Da hinten fängt dann die nächste Schlacht an. Die nehmen wir uns auch noch. Sehr gut. Das machen wir. Ja, ja. Warte mal. Du. Bist tot. Gleich zumindest. Ähm. Zu battle. Zu battle. Ah, ich hätte Gold hochstecken. Alles gut. So. Honour and Glory. Wichtig. Das wird auch die letzte Schlacht, glaube ich, werden für heute. Ich muss dann echt mal noch eine Pause machen. Oh, wenn vielleicht nur 10 Minuten vergangen sind und wir nur zwei Schlachten gemacht haben. Aber. Na, vielleicht dann mal kurz eine Pause. Weil ich habe jetzt gerade drei Sessions hintereinander aufgenommen. Und jetzt wird es langsam doch etwas kriminell bei mir im Bauch. Und ich habe mega Hunger. Tja. Das sind alles so First World Problems. Hunger. Oh, Gottes Willen. So, mit was fangen wir denn an? Das Katapult ist sehr gut. Und ich finde, das Katapult ist eines der besten Einheiten. So. Ich setze es mal hier hinter. Und lasse es mal mit meinem Ritter laufen. Und werde nochmal in diese hier hinsetzen. Richtig. Ich bin noch nicht ganz sicher. So. Du hast erstmal einen Blatt, meine Läge. Zwei. Und. Plus. Tja. Weg mit euch. Obwohl ihr irgendwas machen könnt hier. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Ah. Sehr ärgerlich. Oh, und ich habe auch keine... Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. die macht das gut hier muss ich noch was hinsetzen das ist immer schön wenn das andere machen aber wenn das mir passiert dann will ich das hinterher ist das die ganze zeit zu halten er wird gleich hier irgendwas hinsetzen bin ich mir sicher so ich tun mal weg aber der turm sieht gut aus dann halt so wenn du nicht willst dann brauche ich gewalt unterstützt durch bogen schützen kommt das noch mit dazu so und euch mache ich wieder mit den feuerbogen schützen glatt so langsam ist echt raus wie die feuerbogen schützen am besten funktionieren muss ich unbedingt auf drei machen ich muss sich blatt machen so sehr gut ja sehr gut gemacht dass da hinten macht die blatt machen so in die mitte versterbungs einheiten die mitte archos auf die rechte flanke und dann jetzt und da hinten wird wird kriminell Oho, das sieht nicht gut aus. Ich muss... Moment. Okay. Oh Gott. Grad noch so, ne? Okay. Eins, zwei, los. Ah, fuck. Fuck, das hat nicht geklappt. Ich bin nicht tot. Oh, tötest du dich? Jawoll. Ja. Okay. Ich werde ihn direkt wieder für die Nase D setzen. Damit kann man sie am besten kontern. Ja, richtig. Das machen wir mal so. Gibt's nicht, ey. Wurde nicht verarschen, oder? Ja. Oh nein. Die hab ich nicht gesehen. Oh Gott, ich hab nichts. Ich hab nichts. Oh nein. Okay. Oh Gott. Gut, aber die hat deutlich, deutlich weniger Spaß. Der General ist unter Attack. Okay. Ja, ich bin ja schon dabei. Ich setz jetzt das hier hin. Ich dürfte das auf jeden Fall instant killen. Oh man. Oh man. Oh man. Okay. Okay. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich denen hier begegnen soll. Das machen wir aber irgendwie. Wahrscheinlich erstmal so hier. Okay. Swordmans bringt halt nichts, weil das ist halt AOE. Okay. Tod. Sehr gut. Gut Arbeit. Ja. So. Okay. Ich brauche unbedingt. Okay. Du machst das. Oh, jawoll. Ja, Baby. Geh weg. Sieg. Hm. Well then. Let's try that again. Huh. You defeated an enemy general. Da muss man das schon abwischen. So. Nicht genügend Geld. Äh. Wir haben genügend Essen dafür. Ich mach das noch mit dem Thronraum, damit ich das nächste Mal nicht vergesse. Und zwar geht nämlich Essen wieder auf Normal. Und Geld auf Normal. Dann kriegen wir nämlich auch Geld wieder. Gut. Die durchatmen. So, meine Freunde. Ich muss eine Pause machen. Ich bin nämlich völlig fertig. War eine lange Aufnahmesession. Ich wünsche euch aber alles Glück der Welt. Und dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet, das würde mich wahnsinnig freuen. Lasst auch gerne ein Like da. Ich bin so gespannt, wie euch diese Serie gefällt, weil ich setze da auch sehr viel Herzblut rein. Und. Ihr müsst auch bedenken. Ich bin halt auch. Ähm. Ja. Ich muss das Zeug jetzt halt auch noch schneiden. Es ist das erste Mal, dass ich so richtig schneide und hochlade und alles mögliche. Und das ist ziemlich aufwendig. Aber das machen ja sehr viele YouTuber. Deswegen will ich mich da gar nicht beklagen. Aber es würde mich sehr freuen, wenn ihr das einfach mit einem Like belohnt. Und da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Gut. Na dann. Bleibt mir nichts anderes übrig. Zu sagen, ich mache eine Pause. Ich gehe ein bisschen kotzen im Bad. Und. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Ortak. Tschüss. 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 Tschüss, liebe Dämonen. Ach, da guckt sie schon. Ja. Genau. Dich meine ich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.